Nicht, 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 nicht zu hart Mit Mundo brauchst du nicht auf AD gehen Der geht full tank Weiß nicht was er gemakst hat Aber nur sein E gemakst hat Weil wenn du eh max im Early Weiß nicht, du hast so schnell 200 AD Das ist scheißegal, du brauchst keine AD-Items mit Mundo Mundo Auf Elise, auf Elise Gib mir die Penta Penta Komm schon, komm schon, get it Penta, ja dann Zack, boom Das ist der Penta-Kill